Es ist weder nach eurem Wunsch, noch nach dem Wunsch der Leute der Schrift. Wer Schlechtes tut, dem wird es vergolten werden. Und er wird für sich, außer Allah, keinen Freund und keinen Helfer finden. Was ist nicht gemäß unserem Wunsch und auch nicht gemäß dem Wunsch der Ahle al-Kitab? Als Offenbarungsgrund überliefert Muqatil ibn Sulaiman folgendes. Eine Gruppe der Ahle al-Kitab diskutierte mit einer Gruppe von Muslimen. Die Leute der Ahle al-Kitab, die Leute der Schrift sagten, Dinuna khayrun min dinikum. Unser Din ist besser als euer Din. Die Muslime antworteten auf ähnliche Art und Weise. In dem sie sagten, Unser Din ist besser als euer Din. Unser Prophet ist über eurem Propheten. Und unser Buch abrogiert euer Buch. Daraufhin offenbart Allah die Ahle al-Kitab. Es ist weder nach eurem Wunsch, noch nach dem Wunsch der Leute der Schrift. Wer Schlechtes tut, dem wird es vergolten werden. Worum geht es in dieser Ayah, liebe Geschwister? Was will Allah ta'ala uns in dieser Ayah mitteilen? Die vordergründige Message dieser Ayah ist die, dass es Allah ta'ala nicht darum geht, welchen Titel der Mensch trägt. Ob du dich als Muslim bezeichnest oder nicht. Es geht um die Taten. Vordergründig geht es um die Taten und nicht darum, wie du dich betitelst. Der Begriff Amani ist die Mehrzahl des Begriffs Umniya. Al-Umniya wird übersetzt mit Wunsch. Genau genommen ist Al-Umniya der Wunsch, dem keine entsprechende Tat vorausging. Anders ausgedrückt ein Wunsch, für den man nichts geleistet hat. Und darum geht es nicht. Es geht um die Leistung des Menschen. An einer Stelle im Koran sagt Allah ta'ala, wo die Juden und die Christen sprechen, Und sie sagten, also die Juden und die Christen, ins Paradies wird nur der eingehen, der Jude oder Christ ist. Und Allah ta'ala antwortet darauf. Das sind bloß ihre Wunschvorstellungen. Liebe Geschwister, wenn die Muslime zur Zeit des Propheten in der Debatte mit den Ahlen ihr Titel als Muslime nicht weitergebracht hat und Allah ta'ala auf sie geantwortet hat, es geht nicht um euren Titel, es geht darum, was ihr leistet, dann ist es mit besserem Grund so, dass unser Titel heute, unsere Zugehörigkeit zu irgendeiner Jamaa, uns vor Allah ta'ala alleine gar nichts bringt. Manch einer von uns glaubt, weil er einer bestimmten Jamaa angehört, weil Geschwister aus seiner Jamaa viel für den Islam geleistet haben, weil sie große Opfer gebracht haben, sei er auf der sicheren Seite. Und genau hier sagt Allah ta'ala, Wer Schlechtes tut, dem wird es vergolden werden. Die Mutter der Gläubigen Aisha, kam eines Tages zum Propheten a.s. a.s. und sagte ihm, Ja Rasulallah, wahrlich, ich kenne die schwerste Aya im Koran. Und der Prophet a.s. sagte, Hati ya Aisha, sag, welche? Und da gibt es genau diese Aya. Leisa bi amanikum, wala amani ahlil kitab. May ya'amal su'an yujizabeh. Wer Schlechtes tut, dem wird es vergolden werden. Unabhängig davon, wie sein Titel ist. Und salli lillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.